Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Prepper mit Verstand, mein Name ist Philipp und ich möchte in diesem Video mit euch über das Thema Krisengarten oder auch Victory Garden genannt sprechen. Was ist ein Krisengarten? Warum legt man sich einen Krisengarten an? Und ist es als Stadtmensch auch möglich, einen Krisengarten anzulegen? Also legen wir los. Was ist ein Krisengarten? Ihr kennt das vielleicht noch von euren Großeltern. Wenn die einen Garten besessen haben, dann war das damals meistens nicht einfach nur eine Rasenfläche oder schöne Beete mit Blumen oder irgendwelchen Zierbäumen, sondern häufig war da auch ein bestimmter Teil der Fläche für Gemüsebeete freigehalten. Da haben Oma und Opa dann drin gewerkelt, Unkraut gejätet, ausgesät und wenn die Zeit reif war, geerntet. Das ging dann auch häufig direkt vom Beet auf den Teller in die Küche und dann wurde ganz frisch gegessen. Und das ist auch schon eine Antwort auf die Frage, warum einen Krisengarten anlegen. Weil man weiß, wo das Gemüse herkommt, wie es angebaut wurde und ob da Pestizide verwendet wurden oder nicht. Im Idealfall natürlich nicht. Also frisches und gesundes Gemüse und Obst auf den Teller. Aber es gibt auch andere Gründe und da befinden wir uns leider auch momentan in einer unsicheren Zeit. Die Inflation steigt, alles wird teurer, die Versorgungslagen werden unsicherer. Noch ist alles verfügbar, aber wir wissen natürlich nicht, wie die Zukunft aussieht. Und da ist es ideal, jetzt einen Krisengarten anzulegen. Denn so ein Krisengarten kann einem helfen, Geld zu sparen. Wenn ich überlege, dass ich für ein Kilo Tomaten drei oder vier Euro im Supermarkt bezahlen muss und das sind dann vielleicht noch nicht mal unbedingt die Bio-Tomaten, dann habe ich den Eindruck, macht es mehr Sinn, mir im Baumarkt für drei Euro eine Pflanze zu holen, die ich mir in die Erde setze und dann davon vier, fünf Kilo Tomaten ernten kann. Also ein Krisengarten ist auch dafür da, um Geld zu sparen. Aber natürlich auch, um eine Versorgungslücke zu schließen. Sollte es mal irgendwann zum Beispiel kein frisches Gemüse oder Obst auf dem Markt und im Supermarkt geben, ja dann kann ich wenigstens noch selber in den Garten gehen und dort mal pflücken und gucken, was mein persönlicher Supermarkt zu bieten hat. Ich hatte es schon angeschnitten, man nennt den Krisengarten auch Victory Garden. Warum eigentlich? Das ist geschichtlich bedingt. Damals war die Strategie der US-Regierung, dass jeder Bürger, der einen Garten zur Verfügung hat, dort auch Gemüse anbauen soll und sich selber in gewisser Weise versorgen soll. Warum? Damit die landwirtschaftlichen Betriebe nicht mit der Versorgung der Bevölkerung beschäftigt sind, sondern sich auf die Versorgung der Truppen in Übersee konzentrieren können. Auch da war ein Argument, was hervorgebracht wurde, die Möglichkeit Geld einzusparen. Also kurz zusammengefasst, warum ist ein Krisengarten sinnvoll? Wir wissen, wo das Gemüse herkommt. Es ist im besten Fall bio. Wir können Geld sparen, weil wir nicht von Supermarktpreisen und der Inflation dann abhängig sind. Und falls es zu Versorgungslücken kommen sollte, haben wir die Möglichkeit, zumindest einen Teil dieser Versorgungslücke zu überbrücken bzw. die Versorgungsengpässe abzumildern. Okay, kommen wir zum Krisengarten selbst. Wie viel Platz brauche ich für einen Krisengarten? Das lässt sich nicht so ganz pauschal beantworten. Natürlich gilt, je mehr, desto besser. Aber man muss auch im Auge behalten, dass so ein Garten einen großen Aufwand bedeutet. Je mehr Fläche man also bestellen möchte, desto mehr Zeit muss man investieren, damit das auch vernünftig wird. Denn es reicht nicht einfach nur, die Pflanzen in den Boden zu setzen und fertig. Irgendwann kann man ernten. Man muss Unkraut jäten. Man muss die Pflanzen gießen. Man muss nach Schädlingen Ausschau halten. Man muss schauen, dass, wenn das Kletterpflanzen sind, dass die auch wirklich die Möglichkeit haben zu klettern. Tomaten sollten ausgegeizt werden und, 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 und. Da gibt es so viel zu beachten, dass man eigentlich am besten erst mal klein anfängt. Es geht aber auch ganz ohne Garten. Man kann auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse einen Krisengarten anlegen. Da wird man natürlich nicht so viel Ertrag haben wie in einem Garten. Aber jede Gurke und jede Bohne kann im Krisenfall schon helfen, den Schaden abzumildern. Ich werde dieses Jahr einen kleinen Selbstversuch machen. Ich habe einen Garten. Dort werde ich Fläche beackern. Aber ich habe auch eine Terrasse. Und auf der werde ich in Kübeln, in Kästen und in Töpfen selber auch einen Balkonkrisengarten nachahmen. Ich habe ein Video gemacht. Das verlinke ich euch. Wo ich die Pflanzgefäße vorgestellt habe, die ich dafür nutzen werde. In meinem Garten selber habe ich ca. 20 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist nicht reiner Acker. Ich habe auf einem Teil ein Hochbeet stehen. Ein weiterer Teil ist mit einem Gewächshaus besetzt, was dieses Jahr ohne Folie ist. Und da werde ich verschiedenste Gemüsesorten anbauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise begleitet. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr kein Video über meinen Krisengarten verpasst. Und welche Pflanzen kommen normalerweise in den Krisengarten? Ja, klassischerweise sind das rote Beete, Bohnen, Erbsen, Mangold, Salate, Gurken, Kartoffeln und noch viel mehr. Ich werde mich aber nicht an eine klassische Anleitung halten, sondern ich versuche dieses Jahr mich in neuen Bereichen und habe den Garten auch umgestaltet, habe den Acker umgestaltet. Und ich habe jetzt schon ein paar Jahre Gemüse angebaut. Ich habe schon das eine oder andere ausprobiert. Das ist eine Mal erfolgreicher als das andere Mal. Und ich weiß, was ich möchte dieses Jahr. Und das will ich euch auch vorstellen heute. Und dazu habe ich euch das Saatgut, das ich genutzt habe, mitgebracht. Stichwort Saatgut. Es ist häufig so, dass die ganzen YouTube-Kanäle von Selbstversorgern und Gärtnern natürlich schon sehr weit vorangeschritten sind. Und da wird immer wieder das Aussehen von Saatgut gezeigt, das Pikieren und, 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 und. Es ist alles natürlich sehr aufwendig. Ich persönlich kann nur raten, wenn euch das zu viel ist, dann gebt nicht komplett auf. Es ist keine Schande, in den Baumarkt zu gehen und sich dort Jungpflanzen zu kaufen und die einzusetzen. Der preisliche Vorteil mag dann vielleicht kleiner sein, aber trotzdem seid ihr immer noch günstiger unterwegs. So eine Tomatenpflanze kostet zum Beispiel 3 Euro im Baumarkt. An so einer Tomatenpflanze könnt ihr locker 3, 4, wenn nicht sogar 5, 6 Kilo Tomaten ernten. Je nach Sorte und je nach Pflege. Wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht, kriegt ihr für 3 Euro vielleicht 1 Kilo Tomaten und die sind halt noch nicht mal bio. Es lohnt sich also trotzdem auch mit Setzlingen einen Garten aufzubauen. Und der Vorteil ist, es ist wesentlich einfacher. Denn ich selber habe auch ausgesät. Ich muss dazu sagen, die Pflanzen, die da rausgekommen sind, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, ob ich sie zu früh rausgesetzt habe, dass sie Kälte abbekommen haben. Aber die sehen leider nicht so gut aus, wie man sie zum Beispiel im Baumarkt kriegt. Und auch im Baumarkt gibt es mittlerweile Bio-Setzlinge. Okay, was kommt also in meinen Garten? Ich habe schon ein paar Sachen mitgebracht. So ein paar Samen, die ich euch mal zeigen möchte. Und eine Sache, die ich dieses Jahr neu ausprobiere, sind rote Rüben oder auch besser bekannt als rote Beete. Meine Tochter hat sich das gewünscht, nachdem sie mal ein Glas eingemachter rote Beete gegessen hat und das lecker fand. Und da haben wir uns entschieden, rote Beete machen wir dieses Jahr auch. Wohl im Hochbeet. Was auf keinen Fall fehlen darf, sind Radieschen. Auch hier habe ich nicht unbedingt Bio-Sorten genommen. Die habe ich schon seit Ewigkeiten, diese Samen, sind immer noch gut. Da kommen immer noch ordentlich Radieschen raus. Hier seht ihr etwas, das nennt sich F1-Sorte. Da solltet ihr darauf achten, aus denen könnt ihr später kein Saatgut mehr gewinnen. Die sind nicht samenfest. Bio-Saatgut, wie das zum Beispiel von Dreschpflegel, die sind immer samenfest. Das heißt, aus den Pflanzen, die daraus entstehen, könnt ihr auch Saatgut gewinnen fürs nächste Jahr. Also Radieschen haben wir. Hier irgendwo hatte ich auch noch ein Radieschen. Radieschen, da ist es, Cherribel, die habe ich eingesetzt. Da bin ich gespannt. Radieschen esse ich sehr, sehr gerne. Auch ein Wunsch meiner Tochter war es, Möhren anzubauen. Sie mag die Pflanze so gerne. Da bin ich gespannt, ob die was werden. Ich hatte schon mal Möhren angebaut. Die sind aber leider nichts geworden. Auch hier wieder ins Hochbeet. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, einfach um zwischendurch mal vor dem Mittagessen rauszugehen, ein bisschen was zusammenzuschnibbeln und dann zum Essen einen schönen Beilagensalat zu haben. Salate. Auch im Hochbeet hierbei darauf achten, die müssen vor Schnecken geschützt werden. Wie ich das machen möchte mit dem Schneckenschutz, weiß ich selber noch nicht so genau. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann, nicht im Hochbeet, werde ich dieses Jahr zum ersten Mal einen Rosenkohl setzen. Da freue ich mich sehr drauf. Ein wunderbares Wintergemüse oder Herbstgemüse. Da habe ich richtig Lust drauf. Genauso der Wirsing. Das wird auch toll. Den werde ich auch dieses Jahr setzen. Ich bin gespannt, wie das gelingt. Dann habe ich etwas, was auch auf meinem Balkonkrisengarten landen wird. Die Zucchini. Hier von Owngrown. Das ist eine Firma, die macht auch samenfestes Saatgut. Das ist nicht verkehrt. In der Zucchini sieht man ja die Kerne oder die Samen ganz gut. Die ein oder andere Zucchini werde ich bestimmt so reifen lassen, dass ich das Saatgut ernten kann. Dieses Saatgut habe ich aus einem Adventskalender von meiner Frau. War eine schöne Sache. Jeden Tag neues Saatgut. Das war eine tolle Überraschung. Davon werdet ihr mehr sehen, denn die landen auf dem Balkonkrisengarten. Dann etwas, was ich sehr, 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 sehr gerne mag und was ich dieses Jahr mehr machen werde als letztes Jahr. Ich hatte schon gesagt, mein Gewächshaus ist dieses Jahr ohne Folie. Es wurde bei einem Sturm beschädigt. Und ich habe mich entschlossen, in dieses Jahr keine Tomaten im Gewächshaus anzubauen. Die einzigen Tomaten, die ich anbauen werde, sind Balkontomaten auf dem Balkonkrisengarten. Und dafür werde ich dieses Jahr im Gewächshaus Drähte spannen, sodass ich dort Bohnen anbauen kann. Bohnen mag ich sehr gerne in verschiedenster Form und die sind auch sehr gut geeignet für einen Krisengarten, denn sie sind sehr nahhaft. Hier habe ich zwei neue Sorten, die ich vorher noch nicht hatte. Das ist die Stangenbohne von Dreschflegel, Perle von Mabach. Da bin ich sehr gespannt, wie die sein wird. Feuerbohnen, die habe ich von meiner Schwester bekommen aus dem Frobengarten in Berlin. Schöne Grüße gehen raus. Und auch eine Bohne, die ich von meiner Schwester bekommen habe. Das ist die Stangenbohne Blaue Hilde. Die habe ich letztes Jahr schon gesetzt und die sind super geworden. Die Früchte davon sind lila, werden beim Kochen aber grün. Sehr schön anzusehen und eine ganz tolle Sorte. Bohnen ziehe ich nicht mehr vor. Bohnen setze ich direkt in die Erde. Letztes Jahr habe ich den Versuch gemacht, erst mal vorgezogen und auch welche direkt in die Erde. Ich habe keinen Unterschied festgestellt, außer dass die, die ich vorgezogen habe, Druck auf mich ausgeübt haben. Insofern, dass sie da standen, zu groß wurden für drinnen und ich sie raussetzen musste, aber nicht unbedingt Zeit dafür hatte. Deswegen mache ich es dieses Jahr lieber so. Einfach in die Erde setzen und fertig. Auch etwas, was in einem Gemüsegarten nicht fehlen darf, Brokkoli. Eine ganz klassische Sache. Den habe ich vorgezogen. Ist nicht so schön geworden. Ich werde sehen, wie er sich entwickelt. Ansonsten muss ich zur Not nochmal im Baumarkt und dort eine Brokkoli-Pflanze oder zwei dazukaufen. Auch etwas, was ich in meinem Gewächshaus, was jetzt mein Bohnenhaus wird, anbauen möchte, ist die Salatgurke. Auch die rankt hoch und hängt am besten. Deswegen werde ich auch da Klettervorrichtungen anbringen. Und dann gibt es Gurke zum Salat oder Gurkensalat oder wie auch immer. Das ist das Schöne. Man kann rausgehen, sich spontan entscheiden, abschneiden, essen. Hier eine Sache, die ich gerne anbauen möchte, aber noch nicht so richtig weiß, wo ich dafür Platz finden werde. Der Kürbis. Hokkaido-Kürbis ist meine Lieblingssorte. Die habe ich bereits erfolgreich angebaut. Das gab super Suppe im Herbst und im Winter. Da kann man Spitze einfrieren und lange lagern. Eine ganz tolle Sache. Und so ein Kürbis kostet im Supermarkt auch locker 2-3 Euro. Da kann man echt viel Geld sparen, indem man sich eine Pflanze oder zwei in den Garten setzt und dort 5-10 Früchte erntet. Es ging bei mir sogar so weit, dass ich am Ende Kürbisse verschenkt habe. Denn die ganze Menge konnte ich nicht verarbeiten. Und hier noch etwas auch für meinen Balkon-Krisengarten. Basilikum. Daraus mache ich Pesto. Das verschenke ich. Das esse ich selber. Eine ganz tolle Sache. Letztes Jahr hatte ich sogar viel zu viel Basilikum. Und habe es nicht geschafft, alles zu verarbeiten. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wichtig für Basilikum ist, er muss eine konstante Bodenfeuchtigkeit haben. Das heißt, am idealsten pflanzt man sowas in Gefäße, die eine Wasserzufuhrregelung in irgendeiner Art und Weise haben. Ich nutze hierfür Balkonkästen mit doppeltem Boden und Wasserstandsanzeige. Da ist dann sichergestellt, dass der Boden immer eine gleichbleibende Feuchtigkeit hat. Soviel zu meiner Krisengartenplanung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ob ihr selber auch Gemüse anbaut. Ob ihr auch einen Krisengarten habt. Ob ihr das Thema Krisengarten überhaupt schon mal gehört habt. Und was euch in meinem Krisengarten vielleicht noch fehlt. Als Anregung für nächstes Jahr oder wenn ich das nächste Mal im Baumarkt unterwegs bin und dort ein Pflänzchen von eurem Vorschlag sehe. Da kann ich meistens nicht Nein sagen und nehme dann doch das ein oder andere Pflänzchen mit. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich weiter begleitet auf dieser Reise. Lasst mir also ein Abo da und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.